Hallo und willkommen liebe Skulliener Fans zu einem neuen Wunschduell mit mir der Marcel und mit mir der Sarah und GabiTim12 wünscht sich Ghostbuster gegen Bash und das werden wir heute mal, wenn die Katzen jetzt nicht weiter Theater machen, auf ja Hafen der Verdammnis würde ich mal sagen heute spielen. Habe ich mal ganz extrem Lust drauf. Ich wähle Ghostbuster, Olaf den Koch. Dein Verbündeter. Ja, definitiv. Und ich spiele mit Bash aus der Serie 1. Genau. Ja, Bash ist ja extrem stark mit seinem Schwänz geneint. Zieht ja 80er Schaden her. Ja. Aber ich muss sagen, Ghostbuster habe ich jetzt vor kurzem auch jetzt geskillt und zwar auch seinen mächtigen Totenkopfschädel. Ist auch nicht schlecht, aber naja, schon gemacht, was das jetzt gibt. So. Komm, Fräulein. Oh, 80er Schaden. Guck mal, ich habe auch einen Schwanz, aber ich habe nicht so viel Schaden wie du. Ja, sicher. Oh Mann, ey, dann ist es, hör auf jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Geht, weg, 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 weg. Schlagen und wegrennen. So, zack. Nein. Oh, die Sarah kommt angerollt. Schönes Ding. Schönes Ding. Nein. Jetzt. Weil ich auch mir ab und zu war, war gar nichts, weißt. Jetzt hat sie auch noch so ein paar Käsen. Ich glaube nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal noch die Schwanzattacke und dann hat sie das für mich erledigt. Aber ich habe mir erst mal was zu essen geholt. Ich weiß, Freunde, das war feige. Du lachst die ganze Zeit. Ey, du kriegst mir noch kaputt, ey. Jetzt machst du einen Fehler. Zack. Oh, 10er Schaden. Oh, ich wippe, klopp, ich wippe, klopp. Du machst einen Fehler, machst du noch. Den beiden Sinn. Einen Fehler machst du. Jawohl, Baby. Ja. 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 dann wirst du auch mal eine gute Nudel werden. Freunde, wie immer, liked uns auf Facebook und in der Beschreibung beide Links zu den jeweiligen Fanseiten. 23. bis 25. August sind wir Gamescom und Togotour zusammen mit Skyliner Tipps und wenn ihr uns da live und in 3D sehen wollt, dann kommt auf jeden Fall vorbei, schnappt eure Eltern, schnappt eure Freunde oder kommt von mir aus auch alleine, wenigstens oder hoffentlich, wir sehen uns dort. Und ja, in diesem Sinne sagen wir wie immer Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Nein. Ganz gelegen werden wir Sarah besiegen. Und jetzt... Ich sag das doch nicht selber über mich. Ja, ich sag's ja. Ja, ganz toll. Wenn du... Ganz gelegen werden wir Sarah besiegen. Ganz gelegen, Freunde. Ganz gelegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.